Hallo, meine lieben Chef, guten Morgen. Ich muss bedanken bei dir, wegen Weihnachtsgeld, Chef. Hey, Chef, wo meine Frau gesehen, 300 Euro netto mehr auf Konto. Die ausflippen und gleich springen auf mich, Chef. Ohne Spaß. Am Wochenende, Chef, am Wochenende zweimal Sachen machen. Ich schwöre bei Gott, das letzte Mal passieren, wo ich mit diesem heiraten, vor 17 Jahren. Zweimal Sachen machen, ich unter Hose gar nichts anziehen. Vielen Dank, meine liebe Chef, du meine Ehe richtig, richtig erfrischen. Keine Dank, Chef, ich nur eine Bitte haben. Ich jetzt immer ein bisschen Geld auf die Seite legen, weißt du, das, was mir diese zum Festspaar geben. Ich auf die Seite legen, wenn wieder 300 Euro sammeln, ich gebe dir und du wieder überweisen auf mein Konto. Und sagen bei dieser, dass ich Leistungszulage, dann wieder springen. Geht der Chef oder geht nichts? Natürlich geht. Super, Chef, super. Vielen Dank, du. Du, wirklich, bester Chef der Welt.